So, bisher haben wir ja immer Netzwerke direkt miteinander verbunden oder wenn wir in unterschiedliche Netzwerke rein wollten, haben wir einen Vermittlungsrechner benötigt. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, Netzwerke über einen Modem miteinander zu verbinden. Ich habe jetzt hier mal zwei Modems hier reingezogen. Das Modem funktioniert folgendermaßen. Bei dem einen Modem sagt man auf eingehende Verbindungen warten. Da muss ein Häkchen rein. Dann sagt man aktivieren. Und bei dem anderen Modem geht man nur noch her und sagt verbinden. Wenn dann hier zwei grüne Punkte leuchten, dann weiß man, dass die beiden Modems miteinander verbunden sind. Und jetzt kann ich das Ganze testen. Ich kann jetzt hier bei diesem Rechner eine Befehlszeile installieren. Ich kann die starten. Und dann mache ich einfach mal einen Ping-Test. 192, 168, 0 und der andere Rechner hat die 11. Und dann sehe ich über das Modem hinweg, wie die grünen Kabel leuchten, wie dieser Ping-Test durchgeführt wird. Und er hat vier Pakete auch wieder empfangen von den vier Gesendeten und läuft wunderbar. So, jetzt kann ich aber auch folgendes machen. Ich gehe mal her und trenne die Modems wieder. Das lösche ich. Und dann öffne ich eine weitere Programminstanz. Also, ich habe jetzt zwei unterschiedliche Programminstanzen. Und darüber hinweg kann ich auch zwei Modems miteinander verbinden. Ich gehe also hier wieder drauf. Aktivieren. Bei dem anderen Modem, in dem anderen Programm, sage ich verbinden. Und ich kann jetzt das gleiche wie vorher nochmal durchführen. Das müsste sogar jetzt funktionieren, ohne dass das zweite Programm im Aktionsmodus ist. Das heißt, hier müssen wir den Actionmodus starten und dann funktioniert das Ganze. So. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, eine Filius-Konfiguration miteinander zu verbinden. Und zwar an unterschiedlichen Rechnern im Computerraum, die allerdings beide in einem gleichen Netzwerk hängen müssen. Das ist im Computerraum aber sowieso der Fall. Und der Unterschied ist dann praktisch nur, ich trenne das hier mal wieder, dass man herausfinden muss, an dem Rechner, wo man selber sitzt, was für eine IP-Adresse dieser Rechner hat. Und die wird hier entsprechend eingetragen. Also wenn jetzt hier die IP-Adresse, was weiß ich, 192.168.3.112 zum Beispiel in der Schule existiert. Ich klicke hier wieder drauf. Und diese gleiche IP-Adresse, die muss ich natürlich drüben dann auch eingeben. 168.2.3 hat man und 112. Der Port muss gleich sein. Und dann hier entsprechend aktivieren und verbinden. Funktioniert jetzt hier bei mir nicht. Es kann auch sein, dass es im Computerraum nicht funktioniert, weil die Netzwerkeinstellung durch eine Firewall geschützt ist. Und dann kann es sein, dass das eben nicht funktioniert. Man könnte den Systemadministrator bitten, dass er bei dem Programm Filius eine Ausnahme hinzufügt. Dann könnte das gehen. Und dann wäre es praktisch möglich, an den unterschiedlichen Rechnern die Filius-Programme entsprechend zu vernetzen. Das bedeutet, ein Rechner kann zum Beispiel einen Web-Server hosten und alle anderen können dann praktisch auf diesen Web-Server zugreifen. Also so wäre ein Szenario möglich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020